er ist ein zweiter Botschafter doch es war Jesus also Jesus hat mich gerichtet ja Jesus hat mich gerichtet in der letzten Aufnahme kann ja gut aber er hatte auch recht also ich bin voll auf seiner Seite ja mein Gott bist du? magst du es an auf der Gläufe? ich bin ein Zünder mein Juni aha herrlich bist du Johannes der Täufer oder was? ich bin Johannes der Täufer okay ohja, meine Nase also das wäre voll cool wenn wir auf dem Fleisch einfach Leder machen könnten aber meine Frage ist es immer noch auch mega schwer oder ist das jetzt schon wieder ein anderer? ich glaube es ist immer noch hardcore oder? er macht es aber auch ein bisschen interessanter ja hier kam einfach auf einmal so plopp ein kleiner Kran gerannt ich dachte mir so richtig ich weiß nicht wieso aber man kann mit Zäunen interagieren also man kann Zäune rechts klicken aber es passiert sag das ist da kann dann dein Essen verloren gehen das habe ich bei Aura gesehen schon der Herr Maudado aber Aura mach ja nicht untersteifig Werbung für andere Werbung für andere ja das geht ja gar nicht ich weiß gar nicht wovon ihr reddet ich hab ja nicht gesagt Aua meine Füße tun nur Werbung über unsere Dinger hier machen ja hier Leute abonnieren ok das machen wir Stefans Scheiß let's play genau abonnieren, favorisieren und liken so wie es Herr Tutorial immer sagt ne ne sowas machen wir ja gar nicht ja was wenn dann nur unterschwellig nein ähm Leute ich hör ja grad irgendwie so ein ähm ich hab grad so ein so ein Enderman äh random teleportieren gehört boop ohne Scheiß einfach random nein ich bin irgendwo unter der Erde ich glaub hier ist ne Höhle aber tippin die sich auch random einfach rum ja ok naja naja weiß ich nicht genau also in der Höhle einfach so random teleportieren warum nicht wüsste ich wüsste ich jetzt eigentlich nicht es sind Enderman oh mein Gott es fällt mir das jetzt auf die äh Leitern haben Geräusche da das ist schon voll lange schon Ewigkeiten so wie lange war ich denn nur weg lol hier ist ein Zombie mit ner 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 pinken Unterhose das ist nur wegen deinem Textrepex oder nein das ist das war glaube ich ne verzauberte Hose oder so aber das war das aus als hätte er nur ne Unterhose dann sah irgendwie richtig cool aus einer von ein Chippendale Zombie also mhm mhm ja definitiv hier hat irgendjemand das Wasser abgestellt weil hier oh oh fuck was ist denn los fuck sind die stark diese Viecher ey erschreckt mich nicht so ich ich hub hier grad in so ner Mine rum ich hab keine Ahnung was ich wo alter wie ich hier rauskomme momentan deswegen bin ich leicht an 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 ich glaube ich bin jetzt wenn dieser anfangs ist wer läuft ich immer auf dem ne was machst du hier morgen es ist der so es hat jeder ein paar Interessiert jungen als da war es zu sehen und fliegt hier in den ein Ding und er hat bekommen der Fikern abkommen und welcher er glaubt wird sie nicht welcher Blotten hatte und verschwinde ich der Besucher wo auch macht es der Welt da wo hat das Wort weil ich hätte er nicht in den anderen geguckt wird durch die Huren Kinder die Pena sind auch im Baulier gar nicht angeschaut die Wix Flecke wo ist denn all die dieses Sound in der Unischung ist A A L L die Ration ja lol das wird auch die Säge an der Ouders direkt unter meiner Augen als sie wird zu getät der nachhoch und ich habe gesehen zwischen dem Bordich aus der Kirche und Bach Sonne Teil der Prozent am besten der Leute ich war gar nicht weiter in einer zweimal ich bin in einer zweimal zwei großen Prozent Eingang mehr und ich glaube der Enderman verweckt gerade weil er irgendwo sich dazwischen geführt hat auch mal wenn ich will nichts sagen ob der dritte ein Päckchen oder ein Peckchen woher ich wo die Hurensohn hier in der Welt im Becken hat sich leider nicht für dich notiert ja na ja so halb Städte wurden so einer war erst tot auch Dankeschön in Architekten wollen nicht fertig natürlicher Touch okay die andere Seite fehlt noch der natürliche Touch ist vorhanden leicht Alter oh nein hier ist ein Gatter dass ich mich aufpassen kann oh mein Gott nein wo kam das Viech her diese Räule wieder richtig Jesus vor lauter Schreck habe ich mein Inventar geöffnet bin ich weggerannt vor dem Küster nein da ist noch einer ah ich bin da bin ich ah was das ist es geht immer noch darum dass du das Schweinebärmann das Schweinebärmann das Schweinebärmann das Schweinebärmann aber ich bin Bär aber aber auch gleich hätte ich Mann ich mache so eine Cosplayer Spin-Pose okay 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 ich glaube da bin ich ich muss ganz ruhig bleiben was soll ich hier noch hinzuhören ich weiß es nicht hey Stefan was machst du eigentlich die ganze Zeit ich bin am Minen und ich habe Angst weil ich glaube ich bald sterben werde ohne Scheiß jetzt sind es schon zwei Creeper bei mir explodiert oh Mann ich brauche so viel Kuhleder das gibt es nicht um dieser Scheiß Ding zu bauen das ist so Edelman weee wie gesagt du brauchst ja nicht das komplette Kuh du musst ja nicht die kompletten Bücherregale bauen ne ja ich weiß das mal nicht mehr ganz ich habe schon ein Bücherregalblock aber ich glaube du brauchst nur noch 16 brauchst du nur noch genau das war es 16 brauchst du nur noch haha 4 an jeder Ecke ich habe eins genau in die Mitte platziert also fuck you was nein 4 in jeder Ecke du musst halt so eine Art Ecke bauen und oben auf dem mittleren Teil kommt noch eins drauf aha kannst du ja dann bauen ne ich weiß schon wie du es meinst ja ja aber ich habe sowieso hier ein bisschen mehr Platz deswegen fuck off ja fuck off genau genau eigentlich so eine Bücherregalwand macht man einfach nur ach stimmt ich glaube das geht auch oder alter die To-Do-Liste immer nur noch nur ich beschrieben war das ist auch was drauf geschrieben echt geht die To-Do-Liste nur darum dass ein irgendeiner etwas bauen will oder dass wir das alle zusammen machen was also was wir einfach bauen werden demnächst ach so dann kommt dann muss da mal ne Pokehöhle rein hey mal mal mein Dingeswerk hier was ich dran geschrieben hab was dann Stefan töten und das ist das gefällt mir gar nicht was Stefan töten der stand nie auf der Liste ich hab keine Ahnung was du meinst da hinten ist schon wieder du kleine miese Pottsau ja tut mir leid weg nicht du oh ist es so dunkel was hast du jetzt dran geändert das zu war klein geschrieben den 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 oh mein Gott ja Grammar Nazi Marvin bin das nicht eigentlich ich ja stimmt eigentlich ich ende ich ernähre dich heute an einem heutigen Tag was du geschrieben hast als du wolltest du was lag denn jetzt schon wieder so was lag denn jetzt schon wieder so was ist das was ist los okay ich hab mich wieder beruhigt ich hab mich wieder beruhigt nichts ist passiert oh nein oh nein ach so Lukas wo bist du eigentlich ich will mal sehen welche wie das genau aussieht die ganze Zeit sind hier Creeper wo man das genau aussieht ja das ist jetzt doof ne wieso bewusst du dann kommt zum Haus einfach zu deinem oder keine Ahnung ja ich bin auf dem Weg aaaah ob jemand von euch zufälligerweise etwas Eichenholz übrig Marvin ne 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 so ich hab so Schiss du mein Scheiß ich baue noch ein bisschen Cola das sind Monster da ach Quatsch Fledermaus ok dann baue ich noch ein bisschen Eichenholz ab ich hab jetzt schon so viel ich bin jetzt gerade hier so in einem schönen Ort oh was seh ich denn da hier ist ja ein Eichenholzgebäude ah das kann ich ja ganz gut abfarben das sind keine Eichenholzbretter das ist kein Eichenholz ah Lukas geh weg von diesem Haus das ist oh Gott oh Gott oh nein oh jetzt hab ich Leute, Leute, hier sind so viele Zombies und ich weiß nicht... Ah! Direkt von diesem Haus. Habe ich mich gerade erschrocken. Oh mein Gott. Direkt von diesem Haus. Stimmt. Welches Haus? Ich hab so Angst, Leute. Ja, kommt na von da noch.